Okay, wir haben jetzt noch ein schönes Stück, also deutsche Kultur, meine Damen und Herren. Deutsche Kultur hat natürlich sehr viel schöne Kunst hervorgebracht, musikalisch auch Musik. Als ich vor zehn Jahren nach Deutschland kam, schenkte mir meine Frau eine Kulturtasche. Und da steckt auch dieses Stück drin. Sie kennen es bestimmt, wir können es mal zusammen singen. Vielleicht geht das. Das ist ein Stück von Kurt Weill, Bettelbrecht. Und der Heilfisch, er hat Zähne, und die Träger in der Gesicht. Und der Mäste, er hat ein Messer, und das Messer sieht man nicht. Und das Messer sieht man nicht. Das war so schön, das spielen wir nochmal. Und der Heilfisch, er hat Zähne, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und das Messer sieht man nicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Und der Heilfisch, er hat ein Messer, und die Träger in der Gesicht. Dankeschön.